Herzlich willkommen zu diesem YouTube Video und herzlich willkommen zum Test des Amazon Kindle Paperwhite, des neuesten E-Book Readers aus dem Hause Amazon und so viel sei zum Anfang gleich verraten, auch des besten E-Book Readers, der bisher auf dem Markt ist. Habe ich vor ein paar Tagen bekommen, ein ganz cooles Gerät. Ich vergleiche das Ding natürlich auch mit seinem direkten Vorgänger, dem Amazon Kindle Touch. Den es übrigens immer noch zu kaufen gibt. Und wir schauen uns auch noch an, ob man nicht auch E-Books lesen kann, zum Beispiel auf einem Tablet wie hier dem Google Nexus, diesem kleinen 7-Zoll-Tablet. Aber heute soll es um den Paperwhite gehen. Paperwhite heißt das Ding drum, weil ein ganz neuer E-Book-Bildschirm, ein E-Ink-Screen gebaut wurde. Dieser E-Ink-Screen ist auf der einen Seite weiß, das heißt er ist grundsätzlich sieht er aus wie ein Blatt Papier, wohingegen ja die ältere Generation, wie hier beim Kindle Touch, war ja immer so ein bisschen angegraut oder hat ein bisschen so ausgesehen wie Umweltschutzpapier oder so. Das ist beim Kindle Paperwhite nicht mehr so. Und vor allem aber, das ganz Besondere daran ist, dass der Amazon Kindle Paperwhite auch eine eingebaute Beleuchtung hat. Und zwar hat man da ganz kleine LED-Beleuchtung hier integriert, die quasi dann von außen auf den Screen scheint, so dass es aussieht wie ein beleuchtetes Buch, aber eben besser als das vorher der Fall war, wo man ja nur von außen eine Leseleuchte hat. Wir gucken uns das mal von außen an. Das Ding ist ein typischer Kindle, der sieht ein bisschen jetzt aus hier mit diesem, wenn ihr das Backcover seht, sieht es ein bisschen aus wie der Kindle Fire. Das ist eigentlich ganz gut. Man hat auch sonst ganz generell ein bisschen an der Software geschraubt, vor allem die ist viel ähnlicher wie ein Kindle Fire. Kindle Fire, der eigentlich ein Amazon Tablet ist, welches mit dieser Amazon Oberfläche aufgemotzt wurde, aber auf Android basiert. Der Kindle Paperwhite basiert nicht auf Android, hat aber eine viel bessere Benutzerführung. Ihr werdet das dann gleich sehen. Ja, hier unten On-Off-Switch, die Ladeleuchte und hier auf der Seite den üblichen Micro-USB-Anschluss, um das Teil zu laden. Kommt übrigens kein Ladegerät mehr. Ist insofern nicht so schlimm. Ich habe es aus den USA importiert, dann nützt mir das amerikanische Ladegerät sowieso nichts. Man kann den Paperwhite, um das gleich am Anfang zu sagen, kann man inzwischen in Deutschland bestellen. Der wird dann, glaube ich, Mitte November ausgeliefert. Wir Schweizer sind aber insofern blöd dran, dass wir es bei Amazon.de nicht bestellen können. Es wird auf Amazon.com verwiesen und bei Amazon.com heißt es dann, man müsse eine amerikanische Lieferadresse angeben. Genau aus diesem Grund habe ich Borderlinks. Das ist ein Dienst, der mir eine Lieferadresse in den USA zur Verfügung stellt und das Ganze dann per DHL weiterschickt. So kann ich meine Gadgets aus den USA importieren. Aber so viel sei schon gesagt, ich finde das Ganze ein absoluter Scheiß, ein absoluter Schwachsinn, dass wir in der Zeit von Globalisierung, wo ich via Twitter weltweit quasi live lesen kann, wenn irgendwo auf der Welt ein neues Gadget das Licht der Welt erblickt und dann soll es nicht möglich sein, dass ich das bestellen kann, weil irgendwelche Marketing-Idioten das Gefühl haben, sie geben das zuerst mal nur in Deutschland oder eben nur in den USA frei. Halte ich natürlich absolut nichts davon, zumal wir Schweizer meistens auch benachteiligt sind, weil Amazon.de grundsätzlich nicht in die Schweiz liefert. Okay, so viel zu diesem kleinen Rant. Ist ja egal, ich kriege das Zeug auch so. Also hier ist der Amazon Paperwhite. Wenn wir den vergleichen mit dem Amazon Kindle, ist er ein ganz klein wenig kleiner, wobei, naja, das sind nur wenige Zentimeter, die es ausmacht. Ein bisschen dünner, aber er ist vor allem ein bisschen leichter. Das spürt man ziemlich deutlich. Was ich euch jetzt zeigen möchte ist, ich habe von beiden natürlich noch das Original Amazon Cover. Das ist das Cover des Kindle Touch. Und das Cover des Kindle Touch, das hatte ja hier unten so einen Anschluss, der hier auch beim Kindle Touch dann vorhanden war. Und zwar einfach dazu, ich klicke das da mal rein. Das geht relativ streng immer. Ich empfehle euch übrigens unbedingt, diese Original Covers zu kaufen. Die gibt es immer von Amazon zum jeweiligen Modell dazu. Kostet nochmal ungefähr 30 Euro, aber das ist es wert. Dann ist es in einem schönen Umband. Hält gut. Und das hier ist jetzt der Kindle Touch. Und der hatte hier oben noch eine eingebaute Leseleuchte. Da konnte man das aufmachen. Klack. Und dann, wenn er dann läuft natürlich nur, also wenn er an ist, seht ihr, geht da das Licht an. Das ist nicht schlecht. Ist besser als nichts. Vor allem hat es die Batterie aus dem Akku des Kindle Touch gezogen. War natürlich ganz praktisch. Braucht man nicht zusätzliche Batterie. Also das war eigentlich ganz gut. Aber beim Lesen im Bett zum Beispiel in der Nacht relativ hell. Hier, der Kindle Paperwhite hat das alles gar nicht mehr nötig. Und das zeige ich euch gleich. Aber trotzdem habe ich mir auch hier das Cover dazu geholt. Das ist ganz schön. Ist so ein bisschen, ja ist zwar Plastik, sieht aber, ne stimmt nicht, es ist Leder, es riecht auch so. Und vor allem, was ich ziemlich cool finde, ich packe das hier mal wieder rein. Von jetzt an mache ich dann den Test mit diesem Cover. So, ich mache das mal zu. Das coole ist, der geht an. Der ist hier auf der Seite, hat der einen magnetischen Verschluss, wie das schon beim iPad, beim Apple iPad so ist. Und wenn man das öffnet, dann seht ihr, zack, dann geht der gleich an. Das finde ich eine ziemlich coole Sache. So, also, ihr seht mal als erstes, wenn wir das hier vergleichen mit diesem Modell, da ist natürlich softwaretechnisch schon ein bisschen was gegangen. Ihr seht, das sieht viel mehr aus, wie beim Kindle Fire oder auch bei den sonstigen Kindle Apps, die es ja gibt für Android, für iOS und so weiter. Oder für den PC oder für den Mac. Man sieht hier also, kann man einstellen, dass man zum Beispiel gleich die Covers seiner Bücher sieht. Man kann immer wählen zwischen Cloud oder Gerät. Das heißt nichts anderes als, zeigt mir das an, was hier lokal auf dem Gerät ist oder zeigt mir das an, was in der Amazon Cloud gespeichert ist. Sprich, jedes Buch, das ihr bei Amazon gekauft habt, landet ja automatisch in eurem Cloud Speicher. Das heißt, ihr könnt eigentlich Bücher auf dem Gerät hier löschen oder eben ein neues Gerät kaufen und dann könnt ihr all die gekauften Bücher wieder runterladen. Übrigens, apropos runterladen, beide Modelle hier sind die 3G Variante. Das heißt, man hat eine AT&T SIM-Karte drin, die aber von Amazon bezahlt wird und damit könnt ihr weltweit Bücher kaufen. Da braucht ihr also kein Wi-Fi. Hat natürlich auch Wi-Fi drin. Bei mir ist es jetzt im Wi-Fi drin. Das seht ihr hier oben. WLAN. Wenn ihr aber kein WLAN habt, dann könnt ihr, wenn ihr eben das 3G Version habt, die ein bisschen teurer ist, glaube ich, 3, 40 Dollar mehr kostet die, dann könnt ihr eben weltweit shoppen damit. Und ich bin jemand, der immer überall online sein möchte, also habe ich natürlich die 3G Variante. Gibt übrigens dieses Modell, beziehungsweise beide Modelle, weil auch den Kindle Touch gibt es ja immer noch zu kaufen. Der ist einfach im Preis etwas gesenkt worden. Beide Modelle gibt es sowohl als Wi-Fi oder als Wi-Fi und 3G. Und dann gibt es beide Modelle ja noch je mit einer sogenannten Ad-Supported Version. Das heißt, da habt ihr dann Werbung auf dem Homescreen. Kostet dafür nochmal ungefähr 20 Dollar weniger. Ich habe mir die Version ohne Ads geholt, obwohl was man so im Netz liest, soll das gar nicht so mühsam sein. Spiele offensichtlich nicht so eine Rolle. Ist nicht so, dass beim Lesen irgendwelche Werbung aufpoppt, sondern ist nur im Homescreen und im Lockscreen. Also wenn das Ding quasi deaktiviert ist, dann habt ihr da vorne irgendwelche Werbung drauf. Möchte ich nicht, also habe ich lieber noch ein bisschen mehr bezahlt. Gibt es aber beide dafür und dafür sind sie ein bisschen günstiger. So. Also wie gesagt, die sind schon klein, die sind super handlich. Also kann man wirklich, vor allem mit dem Cover, kann man sie perfekt mitnehmen, schnell in den Rucksack schmeißen. Ist wirklich gut. Speicherkapazität. Der Paperwhite hat noch 2 Giga. Der Kindle Touch hatte schon, er hatte 4. Das kommt einfach daher, dass, ja, wahrscheinlich hat Amazon einfach ein bisschen gespart. Wurde auch schon ziemlich kritisiert von vielen Leuten. Finde ich persönlich eigentlich kein Thema, weil ob ich 1000 Bücher oder 2000 Bücher speichern kann, ist eigentlich wurscht, weil wie gesagt, ihr habt sowieso die Cloud-Anbindung, ihr habt sowieso jederzeit Zugriff auf euer Archiv, wo alle Bücher drin sind. Also demzufolge ist es völlig wurscht, wie viele Bücher ich hier drauf speichern kann. Natürlich bei der Wifi-Variante, wenn ich irgendwo in die Pampa reise, muss ich mir halt vorher kurz überlegen, welche Bücher möchte ich drauf haben. Bei der 3G-Variante ist es völlig wurscht, wenn ich Empfang habe, irgendein Netz, dann kann ich mir das Buch, wie gesagt, wieder runterladen. Also Speicherkapazität ist eigentlich egal, hat sowieso mehr als genug drin. Ja, und dann haben wir eben hier, und das ist jetzt ganz das Spezielle, ich mache jetzt mal ein Buch auf, zum Beispiel hier Warm. Das müssten wir natürlich auch hier drauf irgendwo haben. Es spielt aber auch keine Rolle, ich kann auch ein anderes nehmen. Ich nehme die Steve Jobs Biografie, ist ja ganz passend. Nur einfach, dass ihr mal den Unterschied seht. Das hier ist jetzt quasi der normale Kindle Touch, der Vorgänger sozusagen. Ich tue noch ein bisschen rumblättern. So, ihr seht auch die Geschwindigkeit, wie das macht. Immer so eine Sekunde Zeit, und dann blättert er um. Und wie gesagt, das sieht so ein bisschen aus, wie Umweltschutzpapier. Und das hier ist jetzt eben der Kindle Paperwhite, der eben entsprechend Paperwhite ist. Also, ich gehe da mal noch ein bisschen zurück, dass wir da auf den normalen Text kommen. So, also ihr seht, das Ganze ist mal schon mal weiß, und was ihr sicher auch gleich seht, es geht viel schneller mit Blättern. Merkt ihr das? Also, die Seiten werden viel, viel schneller aufgebaut, als beim Vorgänger. Überhaupt ist das Gerät massiv schneller geworden, was sicher auch an der neuen Software liegt. Und dann haben wir hier eben, wenn ich da oben draufklicke, habe ich hier mein Home Screen, wo ich dann zurück in den Home Screen switche, und da habe ich hier dieses berühmte Licht. Und da kann ich mir jetzt zum Beispiel meine Hintergrundbeleuchtung, ich mache sie mal ganz hell, damit ihr das gut sehen könnt. So, ist übrigens völlig unnötig, dass man es ganz hell macht. Also, die Einstellung hier ungefähr, die ich jetzt habe, die reicht völlig, um im Dunkeln zu lesen. Und beim Tag, die leuchtet immer. Also, es ist nicht so, dass die nur irgendwie angeschaltet wird, wenn es da draußen finster ist, sondern die leuchtet grundsätzlich immer. Aber erstaunlich, ich habe das Gerät eine Woche, ich habe wirklich schon viel gelesen, habe viel drauf geladen, immer wieder mit WLAN, also Wi-Fi an, hält unglaublich lange. Amazon verspricht da zwei Monate Betriebszeit mit der Lampe, die eben immer aktiviert ist. Natürlich nicht unbedingt da im hellsten Modus, aber in den normalen, etwas tiefer liegenden Modus funktioniert das ganz hervorragend. Also, da hat Amazon ganz massiv was gemacht in Sachen Batterielaufzeit. der hier hielt auch zwei Monate, klarer Fall, aber halt nur ohne Lampe. Und wenn man dann die Lampe, die hier, das ist halt so ein bisschen dieses Leselicht, wenn man das natürlich ausgeklappt hat, dann hat er dann deutlich weniger lange gehalten. Bei beiden ist es so, wenn man die, wenn man die 3G oder Wi-Fi Variante immer mal wieder synchronisieren lässt, braucht das natürlich auch Power. Also normalerweise schalte ich dann irgendwann mal hier im Menü, schalte ich mir dann das, gehe ich dann quasi auf Einstellungen und da kann man dann hier den Flugmodus aktivieren und dann werden eben alle Funkmodule deaktiviert und dann hält das Ding auch viel länger. Das ist klar. Das ist das Gleiche hier beim Amazon Kindle Touch. Aber wie gesagt, soll ja im Paperwhite gehen und ihr seht, also alles ist mal schon mal viel schneller. Man kann hier seine Inhalte anschauen, man kann sich die anzeigen lassen, eben wie gesagt, Bücher, Zeitschriften, Dokumente, das Archiv, man kann sich ja selber noch Dokumente drauf mailen lassen. Man kriegt ja von Amazon eine E-Mail-Adresse. Jedes dieser Geräte hat eine E-Mail-Adresse at kindle.com, wo man sich dann auch Dokumente hinschicken kann. Die werden da umgewandelt, können PDF sein, können auch EPUB-Bücher sein, wenn sie keinen DRM-Schutz drauf haben. So, ja, wie gesagt, so ein Buch braucht man primär natürlich zum Lesen. Also ganz klar, man tappt das Buch an und liest dann halt hier. Und das ganz Coole dran ist halt, was ich wirklich wahnsinnig schätze, ist halt, dass alles, was ich hier mache, ist synchronisiert. Das heißt, das nennt sich bei Amazon Whisper Sync. Das heißt, zwischen allen Geräten wird das jederzeit synchron gehalten. Also zwischen diesem Kindle oder eben hier, ich habe euch vorhin versprochen, wir gucken uns auch das noch kurz an. Das ist jetzt der, das Google Nexus 7 Tablet, ein ganz, ganz cooles, super Tablet, das natürlich auch mit einer Amazon App, mit der Kindle App kommt. Die Kindle App, die gibt es inzwischen für fast wirklich alle Geräte. So, und jetzt kann man da, kann man da zurück switchen. So, so, dann sieht man hier die Bibliothek, die ich da habe und ich kann mir jetzt halt zum Beispiel irgendein Buch auswählen. Mal schon mal kurz gucken, da runter. Haben wir doch da warm zum Beispiel. Wir nehmen jetzt diesen warm wieder, hier zack. und wenn ich da jetzt dann draufgehe, eben der merkt sich genau, wo ich vorher war und der synchronisiert das natürlich dann, auch wenn ich Anmerkungen mache und so weiter. Jetzt zur Frage, auf was ich lieber lese. Ja, ihr seht, das ist ein klarer Fall. Ich lese selbstverständlich viel, viel lieber auf dem hier als da, weil es ist einfach weniger ermüdend. Es ist ein ganz klarer Fall. Auch hier, das ist wie ein Buch. Das ist eigentlich für mich inzwischen das perfekte Buch. Das hier geht auch. kein Thema. Gerade so ein 7 Zoll Tablet ist natürlich praktisch, liegt gut in der Hand. Ist auch nicht unbedingt, ja, ist schon ein bisschen schwerer als das Paperwhite hier, aber nicht extrem. Aber durch die aktive Hintergrundbeleuchtung ist es halt viel, viel anstrengender und von draußen und der Sonne lesen wollen wir ja gar nicht sprechen. Da hat ja auch Amazon schon ein paar schöne Werbeclips gedreht. Das ist hier überhaupt kein Problem. Und jetzt dank dieser Hintergrundbeleuchtung, das Coole ist wirklich, man kann im Dunkeln lesen, aber man hat nicht das gleiche Problem, wie eben zum Beispiel, wenn man auf einem Tablet liest, wo es halt dann trotzdem ermüdend ist, weil es so aktives Licht ist. Hier ist halt wirklich viel mehr, müsst ihr euch vorstellen, wie ihr habt ein Buch und ihr habt im Rand irgendwelche LED-Lights drin, die dann den Bildschirm ganz dezent beleuchten. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Das ist in dem Sinn keine aktive Hintergrundbeleuchtung, sondern eine aktive Seitenbeleuchtung. Und das ist wirklich das ganz, ganz Coole an diesem Kindle E-Reader, an diesem Paperwhite. Und für mich wirklich auch ein absolutes Highlight neben dem Bildschirm ist die Geschwindigkeit und die neue Software, die wirklich massiv viel, viel praktischer ist als hier. Ich gehe nochmal in den Homescreen zurück. Wir wollen nicht vergessen, das Gerät ist erst ein Jahr alt. Es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig alt und es gibt ja auch noch, ist immer noch ein ganz, ganz tolles E-Reader-Gerät. War für mich bis letzte Woche der beste E-Reader. Das wurde jetzt abgelöst durch den Paperwhite. Der ist jetzt der beste. Und wenn ich jetzt da oben hingehe, sind ja beide Touch. Ja, müsste man natürlich die Drahtlos-Verbindung aktivieren. Die ist jetzt hier deaktiviert. Ihr seht, jetzt macht er hier Verbindung herstellen. Wählt sich in mein Wireless LAN ein. Wir legen das mal weg. Wir machen das gleiche hier. Da klicke ich einfach da oben drauf. Und das ist ja dann quasi der Zugriff zum Amazon Kindle E-Book Store, wo ich mir eben Bücher kaufen kann. Also zack, jetzt sind wir hier schon drin. Ihr seht, da hier habe ich viel früher angefangen, aber der ist immer noch dran. Der hier ist schon ready. Ja, und dann kann man deutsche Bücher, englische Bücher, fremdsprachige Bücher, Zeitung, Zeitschriften. Da sind Millionen Bücher vorhanden, die ich mir mit einem Klick runterladen kann. Kindle Bestseller. Ich gehe da mal drauf. So, und dann wird diese Liste geladen. So, also. Jetzt machen wir mal das gleiche hier. Können wir es schön vergleichen. Ich gehe hier auf Kindle Bestseller. So, ihr seht, das alles lag so ein bisschen. Das dauert alles viel länger halt. Rat, also. Hier, das sieht jetzt mehr oder weniger gleich aus. Das ist der gleiche Store. Shades of Grey. Dreimal, alle drei. Mädchenfänger, Verachtung, Thriller und so weiter. Okay. Ja, und dann kann ich mir halt hier ein Buch kaufen. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr schon Amazon, eine Kunde seid. Könnt ihr hier kaufen klicken und dann macht es zack und dann wird das Buch hier runtergeladen. Kann man mit dem 3G natürlich auch irgendwo weltweit machen, wenn ich keinen Wireless LAN habe. Früher war es übrigens so beim Amazon Kindle 3G. Der hatte noch eine Tastatur. Habe ich auch mal ein Video gemacht vor langer Zeit. Zwei, drei Jahre ist das jetzt her. Wenn man den mit 3G gekauft hat, dann konnte man tatsächlich auch surfen, weil da ist nämlich ein rudimentärer Browser drin. Der ist auch hier immer noch drin. Ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe hier wieder auf den Homescreen. So. Ihr seht, das ist alles viel schneller als früher. Beta Browser nennt sich das und das ist einfach ein Browser. Da kann man rum surfen. Damit ist aber so, dass leider seit dem Kindle Touch hier ist es nicht mehr möglich, dass man da weltweit rumbrowset. Das wurde deaktiviert. Man kann eigentlich nur noch auf Amazon.com, auf Wikipedia.org und glaube ich auf Google auch noch, aber sonst kann man nicht mehr surfen. Man kann nicht irgendwelche Seiten aufrufen. Was man früher noch konnte, also früher hatte man quasi damit ein weltweit gratis Roaming mit einem zwar sehr rudimentären, aber trotzdem brauchbaren Browser. Das ist heute leider deaktiviert worden. Ich verstehe ich natürlich auch. Ich kann mir vorstellen, die Roaming-Kosten, die Amazon da zahlen musste mit den Millionen Kindle, die da weltweit verkauft sind, das hat sich wahrscheinlich schon zusammengeleppert. Darum haben sie es jetzt auf wenige Seiten beschränkt. Ja, aber man kann grundsätzlich surfen. Also ich kann jetzt hier mal gucken. ifrik.ch .ch habe ich hier mal eingegeben und dann mache ich da zack und dann lädt er meine Seite. Geht alles ein bisschen schneller als früher, aber ganz klar, ein E-Reader ist ein E-Reader ist ein E-Reader und ist nicht irgendwie ein Surf-Device. Dafür habe ich dann eben, wie gesagt, zum Beispiel so ein Tablet hier oder ein Smartphone oder sonst irgendwas. Aber es geht. Also ihr seht, das zeigt es an. Also das funktioniert schon. Da kann man dann auch scrollen, wenn er alles geladen hat. So, seht ihr. Also das geht nicht so schlecht. Aber wie gesagt, seit das mit 3G nicht mehr weltweit möglich ist, ist es natürlich etwas weniger cool und nicht mehr eigentlich speziell. Ja, also. Das Ding kostet 100... Puh. Was habe ich gezahlt? 180 Euro. Ne, Quatsch. 180 Dollar habe ich bezahlt. In Euro kostet es, glaube ich, ungefähr gleich viel und kann in Deutschland Ende November wird das ausgeliefert, kann aber jetzt schon vorbestellt werden. Ist für mich der Kindle Paperwhite ganz klar der allerbeste E-Reader, der im Moment auf dem Markt ist. Da hat Sony und all die anderen, vor allem da die Talia und Co., die die eigenen E-Readers bauen, die sind sowieso alle Schrott. Aber auch die Sony E-Reader, die eigentlich grundsätzlich ganz gut sind, können nicht mit diesem Paperwhite hier mithalten. Das ist wirklich ein super cooler Reader. Geniale Software drauf, sehr schnell, reagiert er sehr schnell, hat eine integrierte Hintergrundbeleuchtung, die wirklich toll, toll gemacht ist. Ja, also wie gesagt, das ist in meinen Augen ganz klar der beste E-Reader und für mich nach wie vor mein Haupt-Device, um Dinge zu lesen. Also ich lese immer auf dem E-Reader eigentlich und nicht unbedingt auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Dank WhisperSync wird das alles synchronisiert. Der einzige Nachteil, der soll auch nicht unerwähnt bleiben, ist natürlich, dass man halt den Content nur bei Amazon kaufen kann. Das heißt, ich kann nicht irgendwelche anderen Bücher, die zum Beispiel mit einem Adobe EPUB DRM geschützt sind, kann ich nicht da drauf laden. Ich kann zwar EPUB und ein paar andere Formate drauf laden, aber nur, wenn sie nicht DRM geschützt sind, was wiederum heißt, ich kann nicht in meiner lokalen Buchhandlung oder bei Thalia oder wo sie auch immer heißen, irgendwelche Bücher, E-Books kaufen und die dann da drauf laden. Das geht halt nicht. Aber ist für mich grundsätzlich kein Problem. Der Amazon Kindle Store, der Kindle E-Book Store, der hat so extrem viele Bücher schon, und der hat sowieso mehr Angebote als alle anderen und funktioniert sauber und auch die Preise sind sehr angemessen. Also von dem her, da sehe ich keinen Grund, warum ich nicht bei Amazon kaufen soll. So, ja, das war es eigentlich schon, was man dazu sagen kann. Ich empfehle euch diese kleine Hülle. Wie gesagt, 30 Dollar oder glaube ich 30 Euro kostet die dazu. Finde ich super cool. Man klappt zu. Das ist gleich im Standby-Modus. Man klappt auf. Es geht wieder an. Zack, seht ihr, da seid ihr wieder. Ja, und es schützt schön, sieht schön aus, lässt sich besser halten damit. Also finde ich eigentlich eine lohnende Investition, wenn man sich so ein Gerät kauft. Dann kann man das dazu machen, aber auch ohne. Es ist auch so, das Ding ist sehr robust. Der Touchscreen, okay, das ist vielleicht noch ein Thema. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht verkratzt, weil es hat keine Scheibe drauf noch zusätzlich. Also da ist man dann direkt quasi drauf. Da müsste man wahrscheinlich schon aufpassen. Darum empfehle ich euch eigentlich dieses Ding hier, dass man einfach so zuklappen kann. Auch, und nach wie vor, der Amazon Kindle Touch ist immer noch ein tolles Gerät. ist inzwischen natürlich günstiger geworden seit erscheinendes Paperwhite. Immer noch ein guter, guter E-Reader. Ist ein bisschen schwerer, ist ein bisschen größer. Vor allem mit der Hülle, da fällt es dann mehr auf, seht ihr. Also da ist der Paperwhite schon noch so ein bisschen eine ganze Ecke kleiner und auch leichter geworden. Aber trotzdem, also der Kindle Touch ist immer noch gut, wenn ihr den kriegt, zum Beispiel auch gebraucht. Ich habe meinen innerhalb von, glaube ich, 35 Sekunden auf Riccardo, das ist bei uns in der Schweiz, das Ebay, rausgehauen und bin sofort losgeworden. Also die sind auch immer noch sehr begehrt, wenn ihr zum Beispiel so ein Ding Secondhand kaufen wollt. Auch eine gute Idee. Also da macht ihr nichts falsch. Immer noch ein toller E-Reader. Aber wenn ich jetzt einen neu kaufe, dann empfehle ich euch ganz klar den Paperwhite. Der ist zwar ein bisschen teurer als der Standard Kindle, aber schon nur die neue Software lohnt sich, der neue Screen sowieso, die höhere Geschwindigkeit und vor allem natürlich die integrierte Hintergrundbeleuchtung, die das Gerät in meinen Augen erst so richtig sinnvoll macht, weil ich lese sehr gerne im Bett, die anderen schlafen dann schon, Frau schläft schon und so und dann kann man da gemütlich noch lesen, ohne gleich das halbe Zimmer beleuchten zu müssen. Darum ist das eine sehr, sehr lohnende Investition und gerade die Lampe, die Beleuchtung ist viel besser als es beim Amazon Kindle Touch war, wo man halt, wenn man die Hülle hatte, da diese Aufklapplampe nehmen konnte. Die war ganz witzig, aber kam natürlich qualitativ überhaupt nicht, sorry, kam natürlich qualitativ überhaupt nicht an das heran, was Amazon jetzt gemacht hat, dass sie nämlich die Beleuchtung direkt eingebaut haben und die Beleuchtung funktioniert eben auch natürlich ohne dieses Cover. Also die Beleuchtung ist im Gerät eingebaut und nicht im Cover. So, das war mein Blick auf den Kindle Paperwhite. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, für mich der beste E-Reader im Moment. Leider nicht so ganz einfach zu bestellen, wenn man nicht in Deutschland oder den USA wohnt, aber wie gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man kriegt das Ding immer in die Schweiz oder nach Frankreich oder wo auch immer hin, geliefert, wenn man das gerne möchte. Das ist kein Problem. Kann ich euch empfehlen. Besten Dank fürs Zuschauen. Das war Jean-Claude für Eifrig.ch Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.